Liebe Ich hätte es dir schon längst sagen müssen Vielmehr, es dir zeigen Kennt keine Grenzen Meine Mutter verliebte sich in einen Wolfsmann Sie brachte mich in der kleinen Wohnung zur Welt Mein Bruder wurde ein Jahr später im Frühling geboren Eine bewegende Geschichte über das Heranwachsen Wie werden denn nun Wolfskinder tatsächlich erwachsen? Das preisgekrönte Anime-Meisterwerk Armee und Yuki, die Wolfskinder Nächsten Freitag um 20.15 Uhr auf ProSiebenMax